Guten Tag, ich zeige euch heute, wie man eine Schokoverwöhnung macht. Die Zutaten sind leicht. Ich habe auch zwei Schokomuffins, drei Esslöffel Schlagsahne, einen Schokoriegel mit Caramel 60 Gramm, zwei Kugeln Vanille aus. Und das geht sehr schnell. Stelle für die Soße einen Schüssel auf einen Topf mit kochendem Wasser. Den Schokoriegel darin schmelzen und die Sahne einrühren. Und fülle die Oberseite der Muffins auf. Setze je eine Kugel Vanille aus in die Vertiefung und gieß die Soße darüber. Das ist alles. Es ist dazu noch sehr lecker. Wir sehen uns im nächsten Video.